So, um dann mal ein Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wieder, der Jesse, kennt ihr vielleicht schon ein etwas ungewöhnliches Video, weil es gab auch ein paar ungewöhnlichere Anfragen, aber ihr wisst ja, in wenigen Stunden startet die neue Diablo Season und auch die neue Pass of Exile Season, also Diablo Season 20 und Pass of Exile Delirium, ich habe keine Ahnung, welche Season Nummer das ist, aber es kam natürlich jetzt etwas auf, eine diverse Thematik, wie immer wieder nachgefragt wurde, und zwar verschiebt die aktuelle Krise, ich nenne das jetzt einfach mal Krise mit dem sogenannten Coronavirus, verschiebt dieser die Seasons, also das wurde jetzt in den letzten Tagen immer wieder gefragt, nein, die Diablo Season, die Pass of Exile Season wird nicht abgesagt, es findet ganz normal um 17 bzw. um 21 Uhr statt, was davon betroffen sind, sind aktuelle sogenannte Offline Events, also die E3, das ist so wie die Gamescom, eine Messe, wo Publisher was vorstellen können, das wurde abgesagt, also ob es jetzt bis zu Diablo, also bis zur Gamescom reicht, das weiß man noch nicht, da gab es auch ein super Interview von GameStar, die gesagt haben, okay, E3 ist abgesagt, die Gamescom ist wahrscheinlich auch gefährdet, also was da eure Meinung ist, oder ob ihr schon Ticket habt, ich würde vielleicht noch ein paar Wochen warten, um dort auch Tickets zu kaufen, weil eben, es hängt nicht nur von der Messe selbst ab, also da spielen ein paar Faktoren mit, es hängt auch von den Publishern ab, und ebenso wie bei der E3, die wäre ja nicht abgesagt worden von den Veranstaltern, aber wenn du halt hier die neue Serie von Playstation usw. vorstellen möchtest, und die sagen dann, jo, nee, wir kommen nicht, ist uns zu riskant, dann hast du natürlich ein Problem, ja, da musst du natürlich dementsprechend auch darauf reagieren, und sagen, okay, wie sieht denn das Ganze aus, wir müssen das absagen, also ihr kennt das jetzt, das ist ja ein ganz hoher Ding, es wird sehr viel abgesagt, aber diverse Online Events, eben eine neue Season, egal, oder eine neue League, diese Sachen sind schon monatelang fertig programmiert, das muss keine Manpower mehr investiert werden, das heißt, das Ganze läuft, das heute startet, ja, und das hier final nochmal wirklich zu sagen, es wird starten, ihr könnt mir auch im Stream zuschauen, natürlich mit dem Virenscanner, es tut mir leid, der schlechte Witz musste sein, aber ihr könnt starten, ihr könnt eure Klasse spielen und fertig, wo es vielleicht noch einen Einfluss hat, also komplett, nur Offline Events trifft es nicht, wo es natürlich einen Einfluss haben könnte, das wurde ich auch schon gefragt, ja, alter, die Community, ihr seid echt schnell bei den Sachen, so, hier, jetzt hat es geklappt, und zwar gab es von BAFT, Beta verzögert sich wohl wegen Corona-Videos und Outsourcing, also ob dies funktioniert oder nicht, aber ihr wisst ja, gegen Ende des Jahres sollte der neue Teil von BOE kommen, und es wird wohl einiges Outsourced, das machen sehr viele Unternehmen, dass Grafiken und so weiter irgendwo anders erstellt werden, und wenn es dort Ressourcenprobleme gibt, also wenn dort Mitarbeiter nicht arbeiten können oder die vielleicht zusperren müssen, dann ist das rückwirkend eine Verzögerung, die sehr wohl auch den Online-Bereich treffen kann, also in Kurzform, es kann, natürlich hieß es jetzt so, ja, die Leute hier, was die reden, das ist im Bereich des Möglichen, also wenn euch Ressourcen ausfallen und ihr dann das nicht rechtzeitig fertig kriegt, dann ist das eben so, also dann kann das wirklich sein, also ich denke, dass da was dran ist, dass sich BOE, dass die hier sicherlich vielleicht das Ganze noch ein bisschen nach hinten verschieben muss, also ich halte das nicht für unrealistisch, wenn man jetzt sagt, okay, uns fehlt ein Monat Arbeitszeit, die Grafiken sind nicht fertig, wir ziehen eine Zwischenliga ein, weil es eben nicht anders geht. Was anderes ist das Ganze natürlich im Bereich Diablo 4, weil Diablo 4 einfach noch, ja, das liegt noch so weit in der Zukunft da, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, Diablo 4, das wird vermutlich erst nächstes Jahr mal eine Testphase starten, übernächstes Jahr dann vielleicht ein Release oder noch später, also auf Diablo 4 selbst wird das keinen Einfluss haben, also wo es halt jetzt aktuell spannend ist, ist die Sache mit der Gamescon oder anderen Events, die dann irgendwo im August, September und so weiter stattfinden, ob es da kommt oder nicht, Offline-Events und online-technisch, ich denke mal für die nächsten Monate sind wir noch safe, weil die Sachen fertig sind, also auch Season 21 von Diablo, gehe ich mal davon aus, dass sie die fertig gemacht haben, beziehungsweise bis auf die Testphase schon großteils fertig ist, weil wir kriegen ja noch zwei neue Sets, also für alle, die nicht ganz up-to-date sind, ich mache das jetzt in das Video rein, damit wir alle den gleichen Stand haben, in Diablo bekommt jede Klasse ein neues Set, das teilt sich auf drei Season auf, in der vorherigen Season, in der Season 19 gab es zwei Sets, in Season 20 gibt es drei Sets und die verbleibenden Klassen, das ist einmal der Dämonenjäger und der Totenbeschwörer, die bekommen in Season 21 ihr Set und ich gehe mal davon aus, das wird in ungefähr drei Monaten passieren, dass die Idee und die Implementierung und die Grafiken alle fertig sind und nicht, dass jetzt daran gearbeitet wird, also da denke ich mal, dass es zu keiner Verzögerung kommen wird, dass ihr könnt mich dann berichtigen und sagen, jetzt hast du gesagt, es gibt keine Verzögerung und es wird trotzdem verschoben, da könnt ihr mich dann berichtigen, also müssen wir mal schauen, aber alles, was jetzt momentan an den Start kommt, die Sachen sind fertig, ihr könnt es spielen, das läuft alles packfrei, hallo Wulsen und dann sehen wir mal, bis es weiter wird, Offline-Events, mit den Tickets würde ich vorsichtig sein, ich weiß nicht, wer von euch schon ein Ticket geholt hat, könnt ihr euch einfach mal angucken, ob es was ist oder nicht, also ich persönlich werde, ich wollte ja unbedingt auf die Gamescom fahren, ich werde jetzt noch den April abwarten und besorge mir dann die Tickets, also bis dorthin wird wohl ein bisschen eine Erleichterung oder neue Prognosen, das war das Wort, neue Prognosen, ja, vorhanden sein. So, jetzt ist die Frage, wie ihr das Thema seht, ich habe einen dramatischen Titel genommen, ja, sorry dafür, was eure Meinung ist, könnt ihr jetzt hier nochmal die Meinung dazu abgeben, ihr habt eh genügend Zeit, weil ab 17 Uhr muss dann Diablo gespielt werden, beziehungsweise ab 21 Uhr Pass of Exile, die Konsolenspieler, damit wir auch noch was Wichtiges mitgeben, die Konsolenspieler starten wie immer um 2 Uhr früh am Samstag, es geben zwar Informationen um, es gab mal einen Übersetzungsfehler oder auch einen falschen Post von Blizzard, der behauptet hat, dass auch Konsolenspieler um 17 Uhr starten, das wurde aber schon berichtigt, es bleibt wie immer 7 Stunden, glaube ich, waren es verschoben, also ihr müsst dann warten, bis ihr dann am nächsten Tag loslegen könnt. So, das war's, ich wünsche euch jetzt einen relativ stressfreien Season Start, wer noch einkaufen muss, richtig scheiße gelaufen und ansonsten sehen wir uns später zum Season Start und ich wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.